Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Tohlen vom Kanuverleih am Allerhorn. Wir suchen für diese Saison, das ist 2022, noch Mitarbeiter. Wenn du also Lust hast, im Kanuverleih mitzuarbeiten, nett und freundlich bist, vielleicht sogar einen Führerschein hast und körperlich fit, dann melde dich gerne bei uns über unsere E-Mail-Adresse allahorn.gmx.de Es würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.